Hi Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön aktiviert und eingeschaltet. Heute machen wir einen genialen Travel Cake mit Fruchteinlagen. Travel Cake hat den Namen von dieser speziellen Form hier. Hier in der Mitte so ein Rohr durch, wo ich dann eine Fruchteinlage einsetzen kann. Warum die so heisst, habe ich keine Ahnung. Ich habe die vor gut zwei, drei Jahren das erste Mal bei Jordi Bordas gesehen. Ein Patissé aus Barcelona. Der hat die entwickelt. Mittlerweile haben sie auch andere Hersteller. Richtig cooles Ding, kann man tolle Sachen damit machen. Und ich mache heute eine Rezeptur eines Rehrückens. Für alle Deutschen hat nichts mit dem Fleischgericht zu tun. Rehrückens ist so ein Kuchen in der Schweiz. Buttermasse mit Schneemasse gemischt. Und ich beginne zuerst mit der Schneemasse. Ich habe hier zwei Eiweiss. Gebe ich mir als erstes in die Küchenmaschine. Prise Salz dazu. 45 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker. Das schlage ich mir jetzt erst mal auf. Parallel dazu habe ich hier 60 Gramm Haselnüsse gemahlen. Du kannst auch Mandeln nehmen oder andere Nüsse, die du gerne magst. Ich gebe hier 30 Gramm Hello Sweetie dazu. Und 10 Gramm ungesüsstes Kakaopulver. Alles zusammen einmal durchmischen. Dann fette ich mir noch die Form, währenddem das hier der Eischnee aufschlägt. Kann ich das Tempo erhöhen, sonst wäre es ein bisschen zu laut. Wenn die Form ausgefettet ist, nehme ich mir hier Mandelblättchen in der Hand etwas so zerdrücken, damit ich nicht ganz so grosse Blättchen habe. Und dann wird die hier mit den Mandelblättchen noch schön ausgelegt. Wunderschön steif aufgeschlagen. Guckt mal, wie der schön steht. Tipptopp. Eischnee in eine Schüssel rein. Die Mischung dazugeben und vorsichtig unterheben. Wir haben hier durch die Nüsse sehr viel Fettgehalt. Zwar gesunde Fette, aber Eischnee verträgt sich nicht mit Fett oder gar nicht gut. Darum hier nicht allzu lange mischen. Du kannst das auch in der Ankersrummaschine machen. Ich will es jetzt nicht ganz dunkel haben, schokoladig, weil ich nachher den Rührteig noch drin mache. Darum mache ich es jetzt hier separat. Voilà. Das war es schon. Dann nehme ich die Form, meinen Teig. Gebe den unten rein. Dann nehme ich eine Teigkarte und streiche die Masse noch schön seitlich hoch. Links und rechts schön hoch verteilen. Dann kommt schon die Buttermasse. Hier rein damit. Die Butter. 80 Gramm weiche Butter. Reinlegen. 80 Gramm Mandeln, gemahlene, ohne Schale. 80 Gramm Hello Sweet Tea. Etwas Zitronenabrieb dazu. Das Ganze einmal kräftig aufschlagen. Die zwei Eigelb dazugeben. Und noch ein weiteres Ei. Dann habe ich hier 80 Gramm Dinkelmehl hell und 3 Gramm Backofen. Zusammen mischen. Und hier unter den Teig ziehen. Beim Rührteig hier würde ich Mandelngeschielte empfehlen. Dann ist der Teig schön hell. Wenn du Haselnüsse oder Mandeln mit Schale nimmst, wird der halt einfach ein bisschen bräunlich. Auf das ist sicher zu achten. Hat keinen Vor- oder Nachteil. Geschmacklich einfach optisch sieht es dann etwas anders aus. Und auch nicht mehr zu lange mischen. Nicht, dass der Gluten oder Gluten angeregt wird im Mehl. Hier einmal ganz wenig reinmachen. Und dann wird es Zeit, hier die Mitte einzuschieben. Das verläuft sowieso dann noch beim Backen ineinander rein. Aber unten beginne ich immer gerne zuerst. Voila, alles schön verteilen. Kann ich jetzt so mit einem Gummispachtel links und rechts noch ein bisschen runterschieben. Schliessen und in den Ofen schieben. In der Zwischenzeit mache ich mir gleich die Füllung. Das habe ich mir hier hinten vorbereitet. Bei der Fruchtfüllung verwende ich jetzt Johannisbeeren. Die sind bei mir aus dem Tiefkühler. Du kannst jede Frucht verwenden, die du gerne möchtest. Man muss sagen, Beeren gehen im Allgemeinen etwas einfacher, als wenn du jetzt irgendwie Äpfel oder sowas verwendest. Denn man kann die schön mixen und die werden dann ziemlich flüssig. Was habe ich hier? Gelatine, 6 Gramm eingeweicht bereits im kalten Wasser, 100 Gramm Johannisbeeren, dann habe ich hier 30 Gramm Hello Sweetie, 70 Gramm Guetüre, helle Guetüre und 200 Gramm Sahne. Die Sahne koche ich mir zusammen mit Hello Sweetie auf, die Johannisbeeren in eine Schüssel rein, einmal pürieren. Das muss auch nicht perfekt gemixt sein, einfach so, dass es eine schöne Struktur gibt, wenn es irgendwo noch ein paar Stückchen hat, nicht weiter schlimm. Dann nehme ich die Zitrone, die ich abgerieben habe, gebe hier einen Sprutzer Zitronensaft rein, einmal durchmischen. Sobald die Sahne gekocht, gebe ich die Guetüre zur Sahne, so eine Art Garnage, die ich mir herstelle hier. Mischen, bis die Guetüre aufgelöst ist. Dann drücke ich gleich noch die Gelatine aus, die 6 Gramm. Darunter ziehen, dann muss ich die nicht separat erwärmen, und alles dann hier zu den Johannisbeeren. Ich bin kein Freund davon, aber wenn die Masse so gräulich ist, gebe ich noch 1-2 Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Runterwischen, zudecken, direkt auf die Creme runter, und ab in den Kühlschrank zum Auskühlen. Den Travel Cake habe ich 40 bis 45 Minuten bei 170 Grad gebacken. Den drehe ich mir jetzt gleich auf den Kopf, ziehe hier die Form ab. Hier den Stab rausziehen. Ich muss ihm noch ein bisschen nachhelfen, merke ich gerade. Er klebt noch ein bisschen, jetzt gehe ich hier mit dem Messer hin. Vorsichtig etwas runterdrücken und zur Form rauslösen. Der hat natürlich ziemlich viel Druck jetzt, weil der Deckel drauf war, kann es manchmal sein, dass der leicht, leicht klebt. Ein bisschen lösen. Voila. Auskühlen lassen. Weiter geht's, neuer Tag. Ich hatte gestern keine Zeit mehr oder wir hatten gestern keine Zeit mehr, darum habe ich mir den Travel Cake eingefroren und jetzt geht's weiter. Beim Rüberheben habe ich ihn noch ganz leicht verletzt, darum ist jetzt hier ein bisschen gerissen, aber das wird man nachher nicht mehr sehen. Die Masse hier, die Creme, die ist auch schön fest geworden, die können wir uns jetzt aufschlagen. Ich bin, wie schon gesagt, nicht der grösste Fan von Lebensmittelfarbe in so Füllungen, aber man hat gesehen, wo ich es gerührt habe, ist es sehr gräulich geworden. Und dann ist es eigentlich besser, einen Tropfen Lebensmittelfarbe reinzugeben, denn das Auge ist bekanntlich mit. Ich habe auch schon Johannisbeeren gehabt, die haben extrem gefärbt, darum habe ich es nicht von Anfang an beigegeben. Genau das Gleiche ist mit den Rote-Bete-Brötchen, die ich schon mal auf YouTube gemacht habe oder Randenbrötchen, wie sie in der Schweiz heissen. Manchmal hast du Rande innen super pink-rosa und beim nächsten Mal ist es eigentlich bräunlich-gräulich. Ist halt ein Naturprodukt, darum kann man das so ein bisschen steuern. Das Ganze gebe ich jetzt in eine Küchenmaschine, du kannst es auch mit dem Handrührgerät aufschlagen. Dann starten und so auf tiefer Geschwindigkeit wird das jetzt schön cremig aufgeschlagen. Nicht zu lange, nicht überschlagen, braucht nicht lange, bis das so eine glatte, streichfähige Konsistenz hat. So, das war es auch schon. Das ist eine super coole Creme. Von der Konsistenz her auch extrem einfach gemacht. Im Anschluss aufschlagen nach der Kühlung und ich habe eigentlich immer eine perfekte, streichfähige Konsistenz. Richtig toll. Auch die Farbe, super schön, braucht nicht viel Farbe jetzt hier. Aber es ist einfach ansprechender als so ein Grau natürlich. Dann füllen wir das Teil. Setze ich hier mal an, reinspritzen. Bis so in die Mitte schaffe ich das und dann muss ich von der anderen Seite ansetzen. Hier rein. Richtig Druck geben. Man sieht schon, wie es schön rein fliesst. Bis der Widerstand kommt, das merkt man sehr gut. Sonst spätestens kommt es dann hier raus. Und dann bis nach außen auf. Und das ist die perfekte Konsistenz der Creme. Sie läuft nicht aus, ist aber trotzdem streichfähig. Wunderbar. Jetzt habe ich hier die Tülle gewechselt auf so eine Rosenspritztülle. Die ist unten breiter, oben etwas flächer. Da kann man ein cooles Muster aufspritzen. Klar, du kannst das Gleiche machen auch mit einer runden Tülle. Dann sind es dann einfach so Schlangenlinien. Aber jetzt hier, optisch sieht das richtig klasse aus. Die breite Öffnung habe ich unten. Und dann setze ich hier einfach so an und gehe hin und her. Hin und her wicken. Und das gibt dann dieses schöne Muster rein. Dann oben noch ein paar genackte, gehackte Haselnüsse und fertig. Gar nicht allzu viel. Richtig cool sieht der aus. Mein Team hat in der Zwischenzeit sogar recherchiert, wieso das der Travel Cake heisst. Und das ist ein Kuchen, den man auf Reisen mitnehmen kann, der nicht so schnell austrocknet. Das macht Sinn. Aber dann würde ich sicher nicht so eine Creme nehmen, sondern eine Buttercreme oder Kanache. Denn wenn du die lange, eine, zwei Wochen rumreisen tust mit dieser Creme, weil man hat Sahne drin, das ist nicht unbedingt optimal. Und gucke jetzt hier den Anschnitt. Sieht richtig klasse aus. Mit unserer Schneemasse rundherum, innen, der saftige Teig, dann die Füllung. Richtig cool. Richtig cool im Anschnitt. Die Dekoration reduziert. Nehme ich einfach gleich die Creme. Darum mache ich jetzt hier auch nicht frische Früchte obendrauf oder sowas, sondern einfach gleich so. Richtig toll. Nicht nur optisch superschön, passiert auch extrem viel im Mund. Diese fruchtige Kombination mit dem nussigen, saftigen Teig hier. Aussen noch leicht Schokolade. Innen dann dieser feuchte Rührteig. Dann nochmal von der Creme. Super Texturen da drin. Also es wird nicht langweilig. Es ist nicht nur Creme oder Biskuit, sondern ein toller Kuchen. Ein spezieller Kuchen, spezielle Form. Gibt aber noch viele weitere Rezepte, die man hier machen kann. Falls du diese Form nicht hast, dann kannst du dieses Rezept natürlich auch irgendwie nachmachen mit einer Cakeform. Du kannst den Kuchen auch im Nachhinein in der Mitte durchschneiden und füllen beispielsweise und oben diese Dekoration darauf machen. Ich wünsche dir viel Spass beim Nachbacken. Lass mir unbedingt einen Kommentar da. Wirst du das Nachbacken zu kompliziert? Wirst du andere Rezepte? Lass es mich wissen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Rezept auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.